Hallo Lieben! Hallöchen zusammen! Da sind wir wieder mit einem neuen Fusion Strike Video, Leute! Eins der Produkte, was auch noch von Fusion Strike rausgekommen ist, wunderschönes Display. So viele Booster und so viele Möglichkeiten, um die wunderschönen Karten in dem Set zu sehen, zu rippen. Einfach wunderschön die aufzumachen. Ich freue mich riesig, haben wir doch noch ein Display, das wir jetzt zusammen öffnen, mit euch zusammen. Und ich würde meinen, eigentlich gar nicht großes Geräte, mit Ausnahme, dass ihr sehr, sehr gerne den Subscribe-Button und den Like-Button nach unten, wenn euch Fusion Strike gegönnt hat. Und auch wenn nicht, wäre er wirklich lieb von euch. Und da sind wir schon extrem gespannt. Hier haben wir sicher auch einige definitive Puls drin, hier gleich auf der Front. Das Mew wäre natürlich schön. Natürlich Sandros Liebling. Das Gengar. Boltund haben wir hier. Wir haben Genesec. Das wäre cool, alles rauszuholen. Und wir schauen jetzt mal, was wir da rausholen können. Also wir entfernen mal das lästige Plastik, machen die meisten Booster schon unten auf, damit es nachher schneller geht. Und rippen das Ding, Leute. Die Leute, ein reinstes Massaker hier auf dem Tisch. Das war ein Massaker. Die sind extrem eklig zum Aufmachen, muss ich sagen. Extrem weich. Und du kriegst das so schnell auf im Origami-Boost. Die aus dem Display zusammen, die aus der ETB und die aus den Dreierblistern, gingen easy auf im Gegensatz zu denen. Ja, so viel zu dem Thema. Aber zwei, drei habe ich auch schön aufgekriegt. Da behalte ich mir die nachher. Für unsere Booster-Spanel. Oh, genau. Das ist ja genau das. Gespoilt. Aber das ist gut. Das ist gut. Okay, also. Eins, zwei, drei, vier. Unser erstes Booster aus dem Fusion Strike Display. Wir haben Pflanzenenergie. Das Nine-Tail. Wunderschön. Togele Maru. Quickball. Wullpix. Da haben wir die Evolution komplett. Winky. Unser erstes. Oh, Single Strike. Und Neurolof. Yes. So cool. So cool. Das ist eine der ersten Karten, die ich gesehen habe mit Fusion Strike, Single Strike und Rapid Strike auf einer Karte. Deoxys. Ganz schön. Kommt hier hoch. Okay, dann habe ich hier... Was ist das? Und ich sortiere hier ein bisschen die Karten. Das Mew. Wir haben ein ganzes Display, das jetzt aufgeht. Eins, zwei, drei, vier. Wir sortieren nebenbei immer gleich die Karten. Wir sortieren meistens so nach Energie, nach Item und ein Haufen Pokémon. Und ein Haufen Pokémon. Genau, davon haben wir hier nämlich ganz, ganz viel drin. Das Toxel, das Kani-Mani. Und... Ah, Zeraora. Aber schöne Karte. Leider nicht Polo. Das wäre was für Polo gewesen. Das wäre was für Polo gewesen. Genau, genau deiner Meinung. Okay. Oh, Nix. Wow. Kläffi. Irgendwann hat man auch sehr, sehr viele Karten. Doppelt und dreifach natürlich. Oh, Landeros. Schön. Unsere nächste Holo-Karte. Toll. Holo, Holo. Gehen wir auf Holo-Jagd. Gehen wir auf Holo-Jagd. Hier schön anordnen. Und weiter geht's. Dann starten wir wieder mit der Energie. So ein lustiges Pokémon. Phalanx ist richtig cool. Die Dancer gibt es auch im Fuller. Ja, genau. Oh, ich glaube, ich sehe was. Ich sehe was. Da ist was am Glitzern, Leute. Nog mal. Wir haben Skitty. Ein zweites Phalanx-Artwork. Oh, aber auch schön. Single Strike. Oh, das ist eine Vimex, Leute. Das ist eine... Das ist eine... Oh, es ist schön. Wow. Das Intelion. Unser erster Vimex. Wie cool. Und das Auge, das so rot leuchtet. Echt schön. Ich gebe es dir zum Sleeven. Sehr, sehr gerne. Und einmal. Dann werden wir in einen wunderschönen Sleeve knallen. Erster Vimex. Wir haben nämlich ganz, ganz viele Karten, die hier noch auf uns zukommen. Und die hier Booster, die gerippt werden müssen. Deswegen. Pokémon. Oh, auch ein Gummia. Gummia-Artwork. Das sieht man sofort. Unserie, Brolyph. Stuffel. Ziggeliff. Toxa. Klopperpass. Und... Keine Holo. Mit dem Finale. Mit dem Finale. Genau. Am explodieren. Yes. Hoffentlich so wie das Display. Hoffen wir es, ja. Hoffen wir, dass das Display richtig gönnt. Das wäre schön, ja. Echt. Flamme. Flamme. Schöner. Wir haben es von beiden Seiten schon gehört. Gönnt, gönnt. Nicht. Oh, doppelt. Flings, das haben wir jetzt. Das sehen wir wahrscheinlich noch ein paar Mal. Bei so vielen Boostern heute. Das Meowth. Das ist eins der vier Artworks von Evolving Skies. Ach, okay. Das ist sehr speziell. Oh, okay. Und ich sortiere mal wieder. Du bist meine rechte Hand. Ich bin zur Hälfte jetzt der Sortierer. Und dann wechseln wir dann. Machen wir einmal einen fliegenden Wechsel nachher. Das, die Psycho-Energie. Persian Power Tablet. Die gibt es auch als E-Mex-Porte. Mopeco. Mopeco natürlich. Das E-Mex. Sheldon. Sheldon Cooper. Komia. Natürlich. Sieht man so vor. Komia. Passage. Und. Ah, wieder ein Serraora. Okay, jetzt könntest du dann mal wieder gönnen. Jetzt könntest du mal wieder knallen. Das ist ja richtig. So richtig. Ja, irgendein Secret-Ware ist hier sicher drin in dem Display. Das ist ja schon garantiert. Also ich hoffe jetzt mal wirklich. Man kann ja mindestens eine, kann man ja holen. Wenn man ganz viel Glück hat, noch eine goldene vielleicht dazu. Und ich glaube, da habe ich auch was gesehen. Hoppla. Ich glaube, ich sehe da auch was. Da kommt wieder was. Gib uns was Gutes. Mega. Slugmacher. Warte mal. Was geht hier? Yes! Freelume! Eine Freelume-V-Karte. Single Strike. Schön. Die ist richtig cool. Auch dieses Set, Fusion Strike, sicher ein richtig großer Einschlag für das TCG-Spiel. Da könnte sehr, sehr viel Potenzial drinstecken für das TCG-Spiel. Auf jeden Fall. Dunkel-Energie. Cool. Oh, ein Gummier-Artwork. Natürlich. Sie ist immer mehr vertreten. Finde ich super. Ja, wirklich. Speziell. Echt super. Dahin? Ah, danke schön. Ja, ja, ja. So. Zu unserem Puls, den wir hier sammeln. In der Hoffnung, dass es ganz, ganz viele werden, sodass wir sie nicht mehr alle auf die Camp bringen. Das wäre das Ziel. Absol. Wupp. Okay, ich habe hier, glaube ich, die Hälfte von meinem Stapel schon aufgebraucht, sozusagen. Drei, vier. Da geht noch einiges. Aber wir haben noch genug vor uns, also keine Müdigkeit vorschützen. Das ist jetzt schon eine schöne, lange Zeit her, seit wir ein ganzes Display hier bei euch auf YouTube gerippt haben. Stimmt. Wirklich schon eine gute Zeit. Immer wie Boxen oder Spezialboxen. Das stimmt, das stimmt. Wir haben kleine Displays, japanische Displays, aber englische Displays. Cool. Cool. Toxtricity. Ein richtig cooles Artwork. Yes. In der T-Form Fusion Strike 7. Nein, da hast du absolut recht. Wir haben in letzter Zeit kaum, also kaum oder nicht so viele Displays aufgemacht, aber das wollten wir uns nicht nehmen lassen bei dem Set. Bei so vielen schönen Karten, die hier drin sind. Also das wäre natürlich das Ziel. Deine Chase-Karte ist vor allen Dingen natürlich das Gengar, das V-Max-Gangar und natürlich das Psyana. Psyana. Das ist eine Karte, die Sandro unbedingt will. Unbedingt. Schon im Eevee Hero in der Gym-Spezialbox war das der Traum. Oh, ein Reverse-Holo-Hauptby. Das ist für mich ein Pull. Ja. Das ist definitiv ein Pull. Definitiv. Dankeschön. Wird gesleeft. Und auch viel zum Impuls. Also bitte. Cool. Okay, weiter geht's. Energie mit Pflanze. Pflanze. Turbent. Schoolgirl. Eevee. Squallfish. Dynamo. Meow. Gossifleur. Energie. Coolpix. Und... Oh, blitzig. So ein schönes Artwork auch. Aber... Jetzt könnte es auch mal wieder kommen. Ich habe jetzt noch eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben Stück. Dann machen wir einmal einen fliegenden Wechsel. Ja, da kommt noch was. Mit Carl. Mit Carl. Da kommt was. Vielleicht nicht in dem, aber im nächsten. Da kommt was. Come on. Da haben wir das Gegend. Das ist das, die normale davon. Die normale Karte. Crosswitcher. Das Kani Mani. Das schlafende, voll gefressene Relaxer. Das Snom. Snom. 3P. Sand Slash und... Oh, schöne Holo-Karte. Yes. Dass die kein Single Strike ist. Stimmt. Sehr cool. Aber cooles Artwork. Voll in Action. Was mir hier noch aufgefallen ist, dass 3P, die Mew Alternative Art, guckt euch mal den Hintergrund an hier vom 3P. Oh, London. Ich blende sie euch nebeneinander an. London. Und dann seht ihr es auch so London-Style. Ist das eine Anlehnung? Und man sieht ja 3P auch auf der anderen Alternative Art, wie 3P auf der Schulter sitzt von Mew. Ist das auch so ein Story-Ding? Oh, stimmt. Oh, gut erkannt. Cool. Das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Cool. Ja, das ist noch speziell. Man muss immer wirklich... Achtet auf die Details, die auf den Karten manchmal drauf sind. Die erzählen teilweise wirklich ganze Geschichten durch das Set. Oder man erkennt wirklich so ganz viele Details auch hier im Hintergrund. Es ist wirklich spannend. Also nehmt euch mal Zeit und lasst die Artworks auf euch wirken, die Designs. Auch da im Hintergrund seht ihr es? Da ist noch jemand am Trainieren. Es ist wirklich spannend. Uh, die nächste Holo. Grimmsnarl. Yes. Grimmsnarl. Schön. Das sieht aus wie von Attack on Titan. Hat was. So böse. Oh Gott, hat was. So böse. Und creepy. Richtig kass. Richtig creepy. Hi, 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 viele Holos. Viele, viele Holos. Viele, viele Bunsenholos. Finde ich zwar cool, aber so die richtigen Burner, die sind hier noch irgendwo drin, Leute. Die kommen noch alle bei dir. Dabu, das ist das SpongeBob-Handschuh. Kenn ich dir natürlich auch, aber ich freue mich. Natürlich. Egal, ob du pullst, wir pullen. Aber ich glaube, da könnte was kommen. T'in Amo. Wir sammeln zusammen. Es ist natürlich immer schön, sowas zu sehen. Wie? Yes. Ein Dodri. Hab ich auch noch gesehen im Set und wollte es unbedingt machen. Ja, die ist echt cool. So cool. Das hat seit einer gefühlten Ewigkeit keinen Auftritt mehr gehabt. Seit gefühlten drei Ewigkeiten. Seit gefühlten drei Ewigkeiten. Ich finde es cool, wenn sie manchmal so Pokémon zurückbringen, die so absolut in Vergessenheit geraten sind schon fast. Das sind dann so Überraschungsgäste. Wie cool, ja. Das ist wirklich, dass sie es dort hier reingenommen haben, ist richtig cool. Cross-Switcher. Dein Gummi-Artwork. Grohliff. Süß eben viel haben wir schon jetzt gesehen, natürlich. Das noch nicht. Man sieht auch oft neue Artworks, weil das Set ist riesig. Es ist riesig. Ich meine, die Standardkarten, die tauchen wirklich sehr häufig auf. Aber gewisse oder Rares natürlich. Bei so einem riesigen Set muss man wirklich einiges aufmachen, um die mal zu kriegen. Das auch. Pangoro. Oh, ich glaube, da kommt wieder was. Das ist immer gemein, wenn es so vorblitzt. Aber umso grösser ist die Vorfreude. Das könnte eine V-Max sein. Das könnte eine V-Max sein. Das ist ja schön. Oh, das ist ja schön. Oh, das ist ja schön. Und wenn man rausgekommen ist, war klar, welches mein Starter ist. Das stimmt. Auf den ersten Moment. Genau. Liebe auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick. Snom. Onyx. Ich gehe auf Duran Duran. Wow. Wunderschön, ne? Wow. Was ist denn das? Das ist das Tango-tanzende Vögelchen von Sun and Moon. Aber eben, immer nur tanzend. Hier sieht man Fusion Strike trainieren. Richtig den Schlag ausführend. Stimmt. Krass. Habe ich noch nie, das ist, glaube ich, auch, habe ich noch nie so gesehen. Mein letztes. Mein letztes Booster, dann bist du endlich an der Reihe. Du kannst es sicher kaum mehr erwarten. Und es wäre schön, wenn ich jetzt nochmal irgendwas rausholen würde. So mein persönlicher, kleiner Abschluss. Dancer. Duran. Penseer. Minun. Voltoj. Kossola. Und? Und, komm. Ja, der Videx. Ich fange von oben an. Oh, frech, frech, frech. Ja! Die Videx. Yes. Let's go. Oh, die hat uns schon im Fusion Arts. Also im japanischen Set. Ups, Entschuldigung. Ist die uns verwehrt geblieben? Haben wir sie nicht gezogen? Das war absolut mein Wunsch, dass wir die pullen. Oh mein Gott, ist die süd. Yes. Ja. Schön. Sehr schön. Oh ja. Wunderschön. Und die Struktur. Oh mein Gott. Ich zeige sie euch nochmal schnell. Ich habe sie jetzt nochmal genauer angeguckt. Da sieht man richtig krass, was abgeht. Richtig heftig, Leute. Sehr, sehr schöne Karte. Doch noch mit einem Knall aufgehört mit deinen Wustern. Ja, ja, ja. Dann mache ich hier auch, schimmert in allen Farben, ne? Schimmert in allen Farben, so. Wollen wir den fliegenden Wechsel machen? Ja, jetzt machen wir den fliegenden Wechsel. Für ein bisschen mehr Platz tun wir die Holos zur Seite, außer natürlich das Raubi. Das wird mir hier Glück bringen. Achtung, immer umdrehen, dann spoilst du dich nicht. Sehr gut. Dankeschön. Danke, 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 danke. Dann haben wir hier die wunderschönen Puls. Ich freue mich so sehr. Also muss sieben, da kommt noch. Mindestens eine Leute. Das wäre ja. Eine Secret Rare müsste schon sein im Display, Leute. Doch, doch, doch. Pflanzenenergie. Verlinks. Wir haben ein Komia, die Funk Plus. Ich sehe da was. Miau. Startest du mit einem Knall? Meryl. Heliopthiele. Tyler. Toxel. Toxel. Und ganz langsam. Ein Cindereray. Single Strike. Mit dem starken Tritt. Sehr, sehr schöne Karte. Schön. Yes. Wie kommt hier? Alles schöne Karten. Wir sagen sehr, sehr schöne Karten. Sehr, sehr oft. Aber es ist wirklich das Set. Das Set ist überraschend schön. Ich bin echt überrascht, was sie da alles für Artworks. Natürlich bei dem großen Set. Krass, was da alles sich drin verbirgt. Was da abgeht. Guckt euch das mal an. Wow. Echt schön. Einfach schön. Mopeco. Wir haben... Ja, come on. Da habe ich da was gesehen. Wir haben... Wir haben... Goudra. Yay. Süß, süß. Sehr, süß. Es ist echt schön. Oh, mit dem Baby. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Sehr, sehr süß. Okay. Und ihr seht hier auch das Ergebnis von Versuchen, die Booster schön aufzumachen. Versuchen? Es ist echt nicht einfach, die Booster schön aufzukriegen. Sehr, sehr schwierig. Flamme. 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 Wir haben... Grammomatic. Uh, Galarian Perse Circle. Shelmet Plusel. Munna. Mariel. Onyx Reverse. Sehr schön. Oh, da haben wir es noch mal. Und da haben wir es noch mal, aber in Non-Reverse. Wir haben es ja in Reverse gezogen gehabt. Next Booster. Ja, jetzt habe ich noch einige Booster aufzumachen. Schön. Also es freut mich echt, dass das Set endlich bei uns ist. Psychoenergie. Schau mal. Jinx. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir das Artwork sehen. Lustig. Oh, Artworks auch. Ja, auch eine Häkelfigur. Rotom. Oh, das ist mal ein Booster mit ganz, ganz vielen neuen Artworks. Aber das hier auch eins der schönsten Non-Holo-Artworks. Abartig. Wie schön das gemacht ist. Das wäre eine richtig schöne Amazing-Werk gewesen. Oh. Oder eine schöne Full Art. Das wäre wirklich mit den Farben verleumtet. Das wäre ganz krass gewesen. Wir haben noch mal Schuna. Schau. Und Iwetal. Auch hier Single Strike. Sehr cool. Die Karten gebe ich dir. Dann gehe ich gleich zum nächsten. Ich sehe schon wieder das Farbbiegel. Aber wir verdecken es noch von vier weiteren Karten. Stahlenergie. Charpido. Das habe ich gemeint. Kavanana. Kavanana. Scramery. Hunttail. Und ein Electrus. Elektros. Sehr cooler Elektroal. Auch hier. Also wirklich. Sie haben sich echt Mühe gegeben mit den Artworks. Ganz viele Künstler waren da wieder am Berg. Man sieht es. Du ähm. Ja dann jetzt bist du mal wieder. Du musst mal wieder was ziehen. Bist du mal wieder am Flug? Psychoenergie. Battle VIP Pass. Und das Metapod von dem Raupi. Sehr sehr cool gemacht. Duran Duran. Minuin. Kost Solar. Und Gutra. Zack, zack. Hai, jai, 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 jai. Leute, wir rushen das Display ein bisschen durch. Damit wir euch die schönsten Pulse aus den Displays zeigen könnten. Könnten. Betone und auf könnten. Flammenergie. Yes. Der Cook. Sehr schade. Sie haben Chili con carne reingenommen. Ich sage denen immer Chili con carne. Oh, hier stehen die drei Köche. Und hier, das ist wahrscheinlich das Curry, das Duralodon bekommen hat mit seinem Trainer. Oh, stimmt. In der Alternative Art. Wir haben Muschas im Strudel gefangen. Hier kommt was. Schinks. Wir haben Quillfish. Bolltunt. Bolltunt. Bolltunt mit der Energie. Auch richtig cool. Richtig schön, ja. Das ist ein richtig cooles Artwork. Yes. Finde ich auch. Bolltunt hat in diesem Set einen richtig krassen Auftritt. Auch die Full Art mit den blauen Farben im Hintergrund. Sehr, sehr schöne Karte. Aber wieder mal. Es hat ja schon ein paar Mal einen großen Auftritt gehabt. Deswegen feiere ich das, dass auch mal wieder andere Pokémon drin sind. Wie zum Beispiel eben das Dodri. Das Onyx. Das Onyx. Allgemein so mal ein paar Pokémon, die noch nicht so häufig vorgekommen sind. Ich muss sagen, der Hund kommt doch schon öfters vor. Elektro. Wir bleiben bei Elektro. Wir haben Elsa. Auch hier wunderschöne Trainer. Full Art Trainer drin. Wir schwärmen immer von den Karten. Wir haben einmal die Knetfigur. Sehr süß gemacht. Jigglypuff. Und wir haben ein Stami. Oh, schöner Holo. Im Angriff. Rapid Strike. Sehr cool. Mit Ton hinterlegt sogar. Mit Ton hinterlegt. Ich höre immer so. Manchmal sind die Karten so lebendig, dass man sich irgendwie fast ein Video zusammen fantasieren kann. Oder fast schon, dass Pokémon in freier Wildbahn sieht. Aber du spannst uns auf die Folter. Ja, es ist wirklich ein bisschen Victini. Cofant. Ich hoffe, das war es noch nicht. Also ich finde es schwer. Wir haben jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele Vs gezogen, muss ich sagen. Insgesamt fünf. Ninetales. Colby Knight. Aber wunderschönes Night. Zwei V-Max. Fünf V. Und wirklich ein Haufen Holo. Wow. Was für ein Herbstfeeling. Es waren ein paar Holos drin. Die Holos haben wir ein bisschen zur Seite genommen, damit wir schön Platz haben. Genau, aber die Zeit... Gespoilt. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Die schönen Karten kommen bitte zu mir. Wasserenergie. So. Klaviza. SpongeBob. Ach, so ein süsses Volo, wie es mir die Sterne schaue. Mudkip hier auch am Sammeln. Und dann gibt es das andere Artwork, wo es bereits alles gesammelt hat. Eben deswegen immer auf den Hintergrund achten. Ein wie Batz. Luxray. Auch hier mit dem Zelt. Kennt ihr aus Schwert und Schild. Ist auch bei den anderen Artworks drauf. Von der Unterentwicklung. Was auch drauf. Dann hat es dort trainiert. In dem Falle auch wieder ein Artwork. Ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht kommt es auch mal. Ich habe gemeint, beim Luxray habe ich das vorher auch irgendwo gesehen. Yes. Glitzenergie. Wir haben den Käferfanger. Ein Komiya Artwork. Immer schön. Kanimani. Jetzt sehen wir ein bisschen die Doppelten. Snorlax hatten wir auch schon. Snom. Wir haben Dreepy. Wir haben... Klee-Doh. Klee-Doh. Das Klee-Doh. Ach yes. Die ist aber neu. Die hatten wir jetzt noch nicht. Ja, die hatten wir noch nicht. Eine Rare, die uns sicher fehlte in unserer Sammlung. Perfekt. Ich habe insgesamt noch sechs Booster. Holy Moly. Okay, jetzt hast du einen richtigen Druck, der auf dir lastet. Ich habe mich wieder gespoilt. Eins, zwei, drei, vier von hinten nach vorne. Ich weiß auch nicht. Manchmal irgendwie aus Fehler Elsass. Wir haben Sigli-Doh. Wir haben Quellfish. Dynamo. Yes. Zifle. Pampur. Dynamo. Reverse. Und ein A zum Erfehlen. Aber auch neu. Auch hier am Bootsteg spazieren gehen. Jetzt drehe ich es nicht um, sondern ich mache es genau so auf. Eins, zwei, drei. Komm schon. Der Druck steigt, Leute. Extrem. Soll es das schon gewesen sein? Komm schon. Da muss noch was kommen. Da muss es noch mal knallen. Mindestens eine Secret Rare. Eine Secret Rare muss noch drin sein. Eine Elektrode. Und wir haben Landerose. Ein Double. Ein Double sogar. Ein Double. Also Holos haben wir definitiv. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Holos. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe. Elektroenergie. Es muss sein. Oh mein Gott. Macago. Judge. Barnary. Was ist denn hier alles los? Oh wow. Der Piranha Schwamm. Krass. Grablein. Thank you. Die Fröte. Oh. Meloetta. Sehr schön mit den Musiknoten. Hier ein richtiger Anime-Auftritt. Sozusagen. Eveltal. Okay. Also ich hoffe schwer. Last Pack Magic. Läuft es auf das hinaus? Also ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Nach diesem noch zwei Booster. Dunkel Energie. Trevenant. Fasta Schoolgirl geskippt. Ein sehr Gummihut. Süß. Das ist süß gezeichnet. Ach oh gut. Oh Snoopper haben wir auch noch nicht. Auch hier mit der Wäsche. Ja echt süß. Auch mit der Wäsche. Sehr sehr süß gemacht. Herzchen. Auf der Tasche oder so. Ciao Dude. Hey Leute das Set ist riesig. Fahr links. Golem. Und ein Golem. Ach zwei Booster. Oh Gott. Zwei Booster noch. Jetzt werde ich langsam nervös Leute. Ich im Fall auch. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt werde ich langsam so richtig nervös. Wir haben die Wasserenergie. Oh mein Gott. Beware of the Beware. Skatepark. Glopopus. Yes. Kapschern. Kapschern. Melouette. Sie ist nicht mal Urlo. Sie ist nicht mal Urlo. Das wird richtig schön im Urlo aus. Okay aber das wäre enttäuschend wenn jetzt dann nicht nochmal was kommen würde. Also ganz ehrlich. Das würde mich schwer enttäuschen. Komm schon. Stahlenergie. Adventurous Discovery. Ah hier ist auch das Zelt drauf. Genau das meinte ich vorher. Und die Beere. Das hast du gemeint. Sogar der Kochtopf ist drauf. Sehr cool. Metapod. Seselipid. Sieht aus wie ein Schnauz. Ich feier das Pogon echt. So cool. Klevki. Wolu. Penchern. Ganz langsam. Ein Galarian Obstakon. Aber wir beenden mit einer Holo. Das ist jetzt doch ein bisschen enttäuschend muss ich sagen. Ein bisschen ist gut gesagt. Also wir haben einen Haufen Holos muss ich sagen. Obstakon. Jetzt als letztes gezogen. Landeros. Star Mii. Toxtricity. Also schöne Holos. Unser Double. So cool. Stehoxis. Dann. Yes. Das ist richtig schön. Feraligata. Und Grimmshara. Attack on Titan. Also extrem viel Holos. Das ist schon glaube ich überdurchschnittlich. Wunderschönes Bolt und Cinderace. Rillaboom. Dootrio. Sehr cooles Artwork. Wir haben Berylun. Wir haben die Inteleon VMAX. Wie es hier. Das erinnert mich an die Türme von Breath of the Wild. Wenn sie auf dich... Und dann kommt der Schuss. Wir haben ein wunderschönes. Das ist mein persönliches Highlight. Fusion. Achtung Leute. Fusion Strike. Miu. VMAX. Psycho. Eventuell was dann für mein Psycho Deck. Und mein Highlight von heute. Das Reverse Holo. Caterpie oder Raupie. So süß Leute. Abartig süß. Eins mit Abstand der süßesten Raupies ever. Raupies ever. Aber Leute. Ich muss sagen. Ich bin enttäuscht. Ja, ich bin nicht enttäuscht. Wir haben schöne Karten. Aber ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Ehrlich gesagt. Für ein ganzes Display. Wir haben aus 36 Booster haben wir 2, 4, 6, 8 mit dem Raupi. Ich zähle sogar das Raupi mit. Aus 36 Booster haben wir 8 schöne Hits rausgeholt. Das schon. Aber wenn du so überlegst. Die grössten Hits waren 2 Stück. Nämlich die 2 VMAX Karten. 2 VMAX. Das ist schon eher bitter. Ja. Es ist wirklich. Doch, doch. Es ist ein sehr knappes Display. Normalerweise hat man immer so eine Secretware. Oder einfach. Nicht unbedingt eine Secretware. Aber sicher mal eine wirklich gute. Oder ein Trainer. Oder eine Goldkarte. Irgendwas. Also in den japanischen Pack sagt man ja sicher mindestens eine drin. Das stimmt. Und bei den Displays, finde ich, sollte das eigentlich auch so ein bisschen so sein. Damit das ein bisschen erspart bleibt. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Aber wer hinfällt, steht auf und macht weiter, Leute. Wir werden sicher weitere Fusion Strike Sachen rippen. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir konnten euch wenigstens ein bisschen Unterhaltung bieten. Wenn es euch gefallen hat, den Like und Subscribe Button, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Fusion Strike oder irgendwas. Ja, sonst lassen wir nicht auf uns sitzen. Da kommt noch was, Leute. Das müssen wir jetzt wieder ausbaden. Das baden wir aus. Entweder auf Instagram, auf Twitch oder hier bei euch. Mit euch zusammen auf YouTube, Leute. Genau. Also, bleibt dran und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Macht's gut. Tschau. Tschau. Tschau.